Willkommen Brüder und Schwestern bei KircheTV Nein! Witz! Natürlich nicht! Ihr seid immer noch bei SkipinsonTV Ihr schaut immer noch The Secret World oder wieder Wieder eine neue Folge Immer noch im gleichen Aufnahmemodus Folge 13 glaube ich Aber ich denke mal es wird die letzte Folge sein Deswegen rede ich gar nicht lange dran rum In der letzten Folge habe ich viel zu viel gelabert Und viel zu wenig geschafft Deswegen wollen wir in dieser Folge mehr machen So, dann haben wir hier eine Quest Staub zu Staub Stauben wir mal ab Kingsmouth ist keine Stadt ohne Verderbnis Ohne Missernten Dieses Land hat schon schlechte Früchte hervorgebracht Die Dämonen pflücken vergessen Äpfel Die an den Ästen des Baums von Kingsmouth verrotten sollten Der in unheiliger Erde steht Mit Äpfeln meine ich Leichen Der Baum steht für Gräber Und unheilige Erde ist Naja Unheilige Erde Anonyme Gräber Massengräber Unsere erleuchteten Ahnen haben sich etwas dabei gedacht Ganz sicher Ich meine Wer bin ich diese Männer anzuzweifeln Diese Männer Gottes Selbst wenn ihr Glaube gewankt hat Nun Das kann uns allen passieren Wir beten nicht mehr Wir lügen Betrügen Betreiben Unzucht Und Schlimmeres Wir haben wichtigere Sorgen als unsere Sünden der Vergangenheit Aber was sie ausgraben sollte begraben bleiben Verborgen vor neugierigen Blicken und losen Zungen Asche zu Asche Staub zu Staub Ein anonymes Massengraben finden Gut Dann Finden wir mal ein anonymes Massengraben Gottseidank Haben wir einen Marker Der uns auch dahin führt Ich will mir gar nicht vorstellen wie das wäre Wenn ich jetzt hier nicht suchen müsste Das wäre bestimmt lustig für euch Aber ich kann euch versprechen Es wird hier noch einige lustige Sachen geben Wenn ich die Rätselquests nämlich mache Sonst sträume ich mich noch ein wenig davor Ich glaube viele Spieler sträumen sich davor Es sei denn man weiß immer ganz genau wie die Rätsel beendet werden Aber viele Weiß ich nicht mehr Die hier so in Kingsmith Ja die kenne ich zum größten Teil Ich beeile mich mal ein bisschen Den Timer anzumachen Mal kurz Und versuche auf jeden Fall auch eine Rätselmission In Die Folge einzubauen Aber versprechen kann ich nichts Sollte ich es nicht Schaffen In dieser Folge es einzubauen Eine Rätselmission Verspreche ich euch In Folge 14 Oder 15 Nehmen wir mal an Das hier ist Folge 13 Und Die darauf folgende Folge auf jeden Fall Ähm Genau fangen wir schon mal an Werde ich auf jeden Fall dann Eine Rätselmission mit euch machen Sollte ich Sollte ich Oh Da ist das Wissensobjekt Da muss ich wohl ran Oh Ob das nicht mal tot sein wird Oh 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 Leben kriegt ihr mich nicht. So. Heldenmäßig. Ach, jetzt habe ich vollständig ein Shift dafür zu drücken. Genau. Wenn ihr draufklickt, geht dann dieses Looting-Fenster auf. Oder wie der Deutsche sagen würde, das Sammelfenster öffnet sich. Wenn ihr aber mit Shift und Rechtsklick das Fach öffnet. Oder was schimpft, Linksklick. Ich probiere es gleich mal aus. So, dann muss ich da sofort automatisch. Oder er damit ist automatisch ein. So, komme ich da schon dran? Na komm, können wir die auch noch. Ja, kommst du mal rum. Hast ja auch ein Recht dazu. Das ist nicht in Ruhe. Das Ding ist einsam. Hab ich. Oh, okay. Wichtig ist bei dieser Technik, wenn ihr natürlich zurücklauft, zu wissen, wo ihr hinlauft. Das ist natürlich schlecht, wenn ihr zurücklauft und ihr in eine gegnerischen Gruppe ran. Deswegen, falls ihr denkt, ah, coole Variante, wie er so mit den Jungs da so umspringt. Überlegt, überlegt immer, ob ich vorher den Weg. Also, ich kann es passieren, dass ihr in der Gruppe rein oder noch einmal nur ein Weg kämpfen wolltet. Aber nun mit dem Kämpfer. Wir hatten ja so ein ähnliches Beispiel gerade vor vielleicht einer Minute, zwei, als ich hier die Grube freischalten wollte. So, hier sind wir fertig. Suchen wir mal ein anderes Massengrab. Haben wir auch kräftig beigetragen, damit wir zu dem Massengrab, was dazu kam. Ab durch den Wald. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, da hinten rum. Ein Wendigo. So. Und hier müssen wir dann die Bergarbeiter, die so ein bisschen angekokelt sind. Vor allem müssen die schon ein bisschen älter sein mit ihren Spitzhacken, so. Welcher Bergarbeiter hat denn heute auch Spitzhacken? Also in der modernen Spitzhacken, die wir reden jetzt nicht über Irgendjahr in Afrika oder so. Aber selbst da sind ja die großen Firmen tätig, keine Ahnung, Spitzhacken. Oder ist das anders? Gibt es Bergleute unter euch, die das besser wissen und mir vielleicht sagen können, Nein, Kollege, ich bin immer noch mit der Spitzhacken da oben am rumrennen. Wenn das so ist, schreibt es mir in den Kommentaren. Würde mich interessieren, wirklich. Wo wir gerade dabei sind. Können wir natürlich auch einen Daumen da lassen. Würde mich auch sehr freuen. Oder ein Abo. Vorausgesinnt. Wir wollen überhaupt ein Abo. Aber ich will mich trotzdem drüber freuen. Äh, wie viel brauche ich denn noch? Noch zwei. Ja, das ist schon ein bisschen knackiger. Aber im Gegensatz zu früher sind sie eigentlich gar nichts. Kann ich mir vorbeischleichen? Okay. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit dem einzulassen. Weil ich würde gerne den da hinten killen. Den da hinten? Na, den da. Diesen. Stirb. Ja, wahrscheinlich haben diese Bergmänner auch mit diesem Feuer von 1771 oder 1724. Ich weiß es nicht mehr. Moment, ich schaue mal kurz. Das müsste doch hier noch stehen, oder? Feuer von 1712. So. Da haben wir schon eine Menge erfahren. Auch schon die Anfänge. Ja. Aber das Foto sieht nicht so aus. 1712, da gab es ja nicht solche Autos. Egal. Wenn wir die Story komplett haben, werde ich das nochmal nachgucken. 1712. Man, wisst ihr noch, 1712, das waren noch Zeiten, oder? Ja. Hier an der Front, und nicht wohl ihren Frauen. Naja, aber 1712 gab es keine Sneakers. Überhaupt. Die Bergarbeiter sind Sneakers. Da, schauen wir doch mal. Das sind doch Sneakers, oder? Das sind doch keine Schuhe mit Stahlkappe. Die sehen doch irgendwie anders aus. Letztes mal Foot Locker. Was? Na, Kollege? Hängt wieder so rum? Oh, ein Geschenk. Da freue ich mich immer drüber. Sehr gut. Noch zwei. Ah, ich weiß nicht. Wenn ich den Kollegen da, den da anschieße, dann könnten die mir wieder ankommen. Wäre mir dann zu stressig. Schauen wir mal, hier müssen wir noch da. Guck mal, da ist noch einer. Komm mal her, Kollege. Kann ich auch hier einen Zuhacken? Wer tut der Meist? Ich wahrscheinlich nicht, wa? So, ein Raum war noch und du bist der Auserwählte. Zur Feier des Tages noch eine Wendigung. Ah, mal nicht frech werden, Kollege. So. Der nächste Spass ist über einen halben Kilometer weiter. Südöstlich. Oh, da ist noch einer. Den verschlingen wir jetzt mal, den Verschlänger. Ich glaube, mit der... Rätselfolge oder mit der Rätselquest in dieser Folge wird wohl nichts das wird dann wohl in der Folge 14 sein wahrscheinlich dann der Kingsmith Code also die das Rätsel noch nicht gelöst haben der Kingsmith Code werden dann wahrscheinlich sich in der nächsten Folge erfreuen darüber dürfen endlich vielleicht die Lösung zu erfahren gut sie hätten natürlich auch bei irgendwelchen diversen Seiten nachgucken können was sie wahrscheinlich auch die meisten tun ich hab das alles noch von damals gelernt praktisch da gab es diese Seiten ja noch gar nicht ich bin praktisch seit der Beta bei Secret World dabei hab zwei, zwei Jahre Pause gemacht hab aber wirklich wirklich seit der Beta spiel ich dieses Spiel zu der Zeit gab es kein Gameplorer und Unfair bla 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 diese Seiten gab es alle nicht so das ist Tombrader ihr kennt Tombrader oder? die Tussi die da immer so in den Bergen rumspirrt immer so komische Geräusche beim Hüpfen macht nein aber darum geht es ja gar nicht irgendwie eine verwesende menschliche Hand liegt in einer Schachtel in der Nähe des Mr. Freezy Wagens die Inschrift des Rings lautet Erik und Mindy in Leben gewohnt 1874 ja auch der liegt schon etwas länger hier dann der Arm naja er war ja in so einem Eiswagen drin da hält er sich länger Erik und Mindy Bound by Love gut diesen Ring können wir gleich mitnehmen auf dem Rückweg sozusagen zum zur Kirche äh wo wollte ich eigentlich jetzt hin? nein ich wollte noch nicht zum Friedhof gehen ich muss hier irgendwas erledigen da hinten ja stimmt doch ich sagte mir aber auch nichts immer muss ich alles hier selber machen da müssen wir noch drüber reden das geht so nicht ist der was? ich bin ja manchmal so ein bisschen abweg meiner Mission unterwegs da sehe ich gerade dass die hier noch rumliegt und ich auch noch Platz habe für die verstümmelte Leiche der Hunger die Wunden an einer verstümmelten Leiche in der Nähe des Waldes lassen den Schluss zu dass hier etwas dass hier etwas noch gefährlicher als Zombies am Berg war suchen sie das Raubtier Stufe 1 eine Blutspur führt von der Leiche her weg sie könnte sie zu dem Raubtier führen nehmen wir mal an die schnelle ledigt eigentlich hier ist die Blutspur da so ne geht ihr mal hinterher hier geht die sogar noch es geht nachher noch eine andere Quest da ist das wirklich schrecklich so jetzt ist aber die nächste wieder hier so dann kommen wir jetzt zu dem Punkt hin jepi jai dann müssen wir irgendwie hier so hinlaufen im Irrlichtwald ja hier kann man den Kürbisrollen berufen aber ich habe dazu gerade die Mittel nicht für wie man den ruft und so auch dazu werden wir in den Let's Play kommen aaaaaaah ich wollte dich eigentlich umgegen Kollege aber ich versuche es ab jetzt habe ich die Blutspur auf schon was hallo merkt auf es geht Die geht dann hier her, dann läuft sie hier rüber, da lang, hier vorbei, den muss ich wahrscheinlich umlegen. So, dann haben wir den Kollegen auch geplättet, dann geht die Loot-Spur hier weiter, ich weiß schon wo sie hingeht, nämlich hier hin, dahin zu dem Haufen. Jetzt müsste gleich hier so ein Wendigo auftauchen, da ist er auch schon. Jetzt rennt er da oben hin, dann rennt er auch hin, da ist er wieder. So, und die Quest erledigt. Mal kurz so zwischendurch, nebenbei locker flockig, von der Hand geschüttelt sozusagen. Du kannst aber jetzt ein bisschen laufen. Das ist das Massengrab, na, wie weit noch? Ah, ich hab's. Und jetzt muss ich die Kultisten töten, die Kultisten sind die netten Jungs da, die da. Komm schon, komm mal den Berg hier, oh Kollege, da bin ich so faul. So, plötzlich hinlegen. ABER 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 Das fünfte Massengrab finden. Machen wir doch glatt. Ah, irgendjemand will was von mir, der da. Tja, jetzt hat man vorher gewusst. Was ist das denn da? Das sieht auf jeden Fall aus, als wenn der gefährlich wäre, der Knabe da. Wer ist denn den Cognito? Den habe ich noch nie gesehen. Aber der hat nicht viel Leben. 4700 noch was. Das ist nur, dass sich Kontakt Zielrang 5, Herausforderung verheerend. Der Ziel kann von einem Einzelagent neutralisiert werden, aber er wird mir angezeigt als super krasser Motherfucker. Der ist ein krasser Typ. Das ist ein Grabstein. Da bin ich ja gerne dran. Ich will an den Grabstein. Komm schon. Dixie Bull muss sterben. Am Strand befindet sich ein offenes Grab. Die verblichene Inschrift auf dem Grabstein lautet Der gefürchtete Pirat fand auf dieser Insel im Jahre 1632 sein Ende. Ob schon vielleicht Balladen über seinen illuminierten Untergang gesungen werden. Oh, ich glaube, ich nehme die jetzt einfach mal an. Ich könnte die gar nicht annehmen, weil ich jetzt gerade angegriffen werde. Okay. Mann, Wacken halten hier. Ich muss wieder konzentrieren. Ich nehme die einfach mal an. Vorlesen kein Jahr später mal irgendwann. So. Der ist ja witzig, der Kollege. Ich bin da noch nicht hin. Ich will da erstmal hin. So, das Massengrab befindet sich unter uns. Also ich finde den echt klasse, den Knarmen. Ich will auch so eine Verkleidung haben, dass ich so aussehe wie der. So. Fangen wir mal an. So, hier haben wir das gerade reingefunden. Jetzt aber. Ach, geh ich mal hier vorne hin zu denen. Die wissen ja auch sehr, ne. So. 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 Kultisten waren die doch dann jetzt auch Krieger. Alle sind Kultisten. So. 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 Wie viele? Sechs Stück davon. So. 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 Oh no. nicht frech werden hier also ich glaube es ja wohl jetzt weiter herkommen du bist auch ein krieger? du bist auch ein krieger, wohl interessant da hinten sind noch welche so ein Kultist, wenn wir einen brauchen, ist natürlich keiner da da ist einer kommen wir da ran, hier rüber aber ich muss ja nicht alleine kommen ja dann haben wir die quest auch geschafft was ja sehr schön ist ich stelle mir mal hier so ans meer werfen mal einen blick aufs meer hinaus in die ferne und während ich das tue bedanke ich mich fürs zuschauen hoffen wir sehen uns in der nächsten folge wieder In diesem Sinne haue ich mich in die Rinne. Bis denne und Tschö!